So, ich muss da eigentlich eine feste Anlage des Bundesheeres sein, das scheint vermutlich so aus den 80er Jahren, 90er Jahren. So, früher war das natürlich nicht verachsen, da ging es direkte Sicht auf die Donau, man sieht es dahinter. So, und das war halt die Geschützrichtung, was hier montiert war, ob ein Zenturion, Panzerturm, das weiß ich nicht. Aha, das Rohr dahinten ist vermutlich nicht original. Was ist das? Überhaupt dieses ganze Holz. Riecht nach Cannabis. Kann ich da unten nicht reinfilmen. Aha, was ist hier? Gucken wir schon hier was sehen. So, ich kann nur blind jetzt hier reinfilmen. Okay, schauen wir mal nach dem Eingang. Der ist gleich hier hinten. Der ist hier hinten. Der ist hier hinten. Und hier vorne ist ein Tor. Ein Gatter. Da. Genau, hier haben wir den typischen Gittergarten. Fahreneingang zum Rucksack. Da kann man draußen. Sollte man zumachen. Für mich, dass die Stufen aus Holz sind. Aufpassen, die sind schon morsch. Da unten fehlt sie schon. Hier sieht man, dass das alles nicht mehr fest ist. Geflutet. Riecht nicht mehr so gut hier. Und sogar abgesperrt. Und da hinten steht auch das Wasser. Dann noch die nachleuchtende Beschriftung an die Wände. Schauen wir mal, ob sie gut funktioniert. Ja, warte mal. Und da hinten so ein Stromkasten oder so. Teiler für irgendwas. Also für irgendwas scheint das noch in Betrieb zu sein. Und dann noch die Stufen nachleuchtend. Boah, das stimmt ja. Dann verlassen wir das hier mal. Vorsichtig. Gut, normalerweise würde ich das jetzt zumachen, aber ich lasse das einfach so. Da unten war ein Frosch. Der soll seine Chance haben. Okay. Also hier ist der Eingang. Da ist dann die Öffnung Richtung Donau. Und dann werden wahrscheinlich zwei, drei Räume drin noch sein. Okay. Aber es gibt hier noch ein paar Neckumgebungen. Vielleicht finden wir eine Offenung. Bis gleich. Tschüss.